Liebe Rostocker und Rostockerinnen, bitte merkt euch heute schon in euren Terminkalendern vor, am Samstag, 15. Juni, wollen wir hier im IGA Park Rostock von 14 bis 19 Uhr zum dritten Mal in Folge Rostock ist bunt feiern. Wir wollen mit diesem Fest ein Zeichen setzen für Toleranz, Vielfalt, Weltoffenheit, Frieden und für die Kinderrechte. Und die Rostocker und Rostockerinnen, die an dem Tag hier zu uns aufs Gelände finden, erwartet ein ganz buntes, vielfältiges Programm. Genau, es gibt nicht nur ein tolles Bühnenprogramm auf der Bühne mit viel Show und Tanz, sondern auch super viele Stände, Mitmachaktionen, von Kinderschminken über Hüpfbogen bis zu Sportangeboten, ist für jeden was dabei. Kommt vorbei am 15.06. Und das Beste, Eintritt ist frei!